Das ging nun doch schneller als gedacht und ist tatsächlich schon offiziell. Ehren-Dingchi wechselt zur kommenden Saison zum SC Freiburg und das ist in vielerlei Hinsicht ein absoluter Transfer-Coup. Warum das der Fall ist, was für ein Spielertyp Dingchi ist und inwiefern er zum Sportclub passt, analysiere ich in diesem Video. Betrachten wir zunächst einmal die Transfer-Modalitäten oder den Transfer an sich, so muss man festhalten, dass sich Freiburg hier gegen echt namhafte Konkurrenz durchgesetzt hat, zumindest was die Gerüchte angeht, so wurde er nämlich mit Klubs wie Leverkusen, Leipzig, Dortmund, unter anderem auch Heidenheim, Galatasaray und Hoffenheim in Verbindung gebracht. Gut, wie konkret das Interesse jeweils war, weiß ich natürlich nicht. Letztendlich kann es natürlich auch der Spieler entscheiden und ich glaube, da hat er eine ganz gute Entscheidung getroffen, soweit man das jetzt schon beurteilen kann, denn bei den erstgenannten Vereinen glaube ich kaum, dass er zu allzu viel Spielzeit gekommen wäre. Bei Freiburg ist das definitiv der Fall und es ist zudem rein sportlich, wenn man die letzten Jahre betrachtet, auch ein Fortschritt im Vergleich zu Heidenheim oder wenn er jetzt bei Bremen geblieben wäre, von denen er aktuell ja noch an Heidenheim verlieren ist. Sein Stammverein Werder Bremen hatte in dem Fall auch nichts mitzureden, denn die haben damals eine Ausstiegsklausel zu Zweitliga-Zeiten in seinem Vertrag verankert, die besagt, dass er für 5 Millionen Euro von einem anderen Verein verpflichtet werden kann. Genau das hat Freiburg sich jetzt zunutze gemacht und diese Ausstiegsklausel gezogen und somit einen Spieler mit einem Marktwert von 10 Millionen Euro für eine Ablöse verpflichtet, die gerade mal die Hälfte davon beträgt. Denn Ding Chi, der bei Bremen nie über den Status als Einwechselspieler hinauskam, konnte seinen Marktwert diese Saison auf Leihbasis beim FC Heidenheim verzehnfahren auf die vorhin angesprochenen 10 Millionen. Also rein finanziell holt man hier einen Spieler, klar unter Marktwert, der noch einiges an Entwicklungspotenzial mitbringt. Diese krasse Marktwertsteigerung in der aktuellen Saison ist natürlich vor allem auf seine Leistungen bei Heidenheim zurückzuführen, auf die wir jetzt zu sprechen kommen und da mal näher drauf blicken, was für ein Spielertyp Ding Chi überhaupt ist. Rein an für sich ist Ding Chi ja ein recht vielseitiger Spieler. Bei Bremen kam er meistens noch im Doppelsturm zum Einsatz, klar da wurde er meistens nur eingewechselt. Aber jetzt bei Heidenheim ist er klar auf dem rechten Flügel gesetzt, hat er 26 der 27 Spiele gemacht, das andere Spiel auf dem linken Flügel. Also Schmidt sieht ihn schon klar auf dem Flügel und nicht im Zentrum und das macht er da auch sehr gut. Er ist natürlich ein sehr groß gewachsener Flügel mit 1,88 Meter, aber seine Stärken, wenn wir zu denen jetzt mal übergehen, liegen nicht unbedingt im Kopfballspiel trotz seiner Größe, sondern schon eher in anderen Bereichen, die er auch im Kurzinterview zu dem Transfer jetzt selbst benannt hat, nämlich die Mentalität, die Schnelligkeit und die Abschlussstärke, wie er es formuliert hat. Ich würde mit Mentalität vor allem das beschreiben, dass er gut gegen den Ball arbeitet, also wenn der Gegner den Ball hat. Da hat er schon in Bremen guten Einsatz gezeigt, sich jetzt aber bei Heidenheim nochmal klar verbessert. Ich meine, Schmidt ist einer der besten deutschen Trainer, was das Defensivspiel gegen den Ball angeht und da hat er jetzt im Anlaufverhalten schon nochmal klare Schritte nach vorne gemacht, sich deutlich verbessert. Eine weitere Stärke, die er auch selbst so benannt hat, ist sein Abschluss und da gehe ich definitiv mit. Dazu habe ich auch schon mal vor kurzem einen Tweet gepostet, als noch gar nicht abzusehen war, dass er überhaupt mit Freiburg in Verbindung gebracht wird und das ist bei ihm schon ganz interessant, denn wenn man rein seine Statistiken betrachtet, so hat er nur 2,59 erwartete Tore in der Saison und hat 8 Tore erzielt, was eine Overperformance von über 5 Toren bedeutet. Also wirklich nachhaltig ist das eigentlich nicht, wenn man es mit Stürmern vergleicht, aber bei ihm ist es so, er bekommt relativ wenige Topchancen. Er ist selten im 1 gegen 1 mit dem gegnerischen Torhüter und hat deshalb auch so wenig Expected Goals, aber er nimmt sich einige Distanzschüsse, vor allem immer aus guten Schusspositionen und seine Schusstechnik ist wirklich herausragend und damit lässt sich auch die Overperformance, was seine erwarteten Tore betrifft, erklären. Und die dritte Stärke, die er benannt hat, da ist Stärke eigentlich noch untertrieben, da ist er wirklich eine absolute Waffe, was seine Schnelligkeit betrifft. So ist er in der laufenden Saison, mit Abstand sogar, der schnellste Spieler der Bundesliga mit 36,41 kmh. Und vor allem, wenn man das schon mal mit dem aktuellen Freiburg-Kader vergleicht, ist das ein absolutes Alleinstellungsmerkmal von Ding Chi, denn in der ganzen Top 100 der schnellsten Bundesligaspieler in der laufenden Saison hat Freiburg nur einen mit Merlin Röhl. Also da gibt es schon ein Vakuum, was schnelle Spieler betrifft. Generell ist man ja keine Kondermannschaft, man hatte damals Kevin Schade, der ja ähnlich schnell war, aber ansonsten ist es schon ein Bereich, in dem das Team Defizite hat. Und es wird spannend zu sehen sein, inwiefern man das nächste Saison einsetzen wird. Es kann ja auch einen kompletten Spielstilwandel geben. Das ist ja alles noch ungewiss, weil Christian Streich aufhört. Es wird Julian Schuster übernehmen. Keiner weiß, wie er Fußball spielen lassen wird, weil er noch nie eine Mannschaft trainiert hat, noch nicht mal eine Jugendmannschaft. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein. Sportdirektor Clemens Hartenbach hat außerdem noch eine weitere Stärke von ihm hervorgehoben mit seinem guten Spielverständnis. Das lässt sich, wenn man seinen FB Ref Bericht anschaut, nicht unbedingt bestätigen. Da sehen eigentlich alle Bereiche schwach aus, außer dem, wie er gegen den Ball arbeitet und wie er Tore erzielt. Aber da muss man sagen, er spielt bei Heidenheim schon in einer Mannschaft, die sehr destruktiven Fußball mit Ball spielt und da relativ wenig Ballbesitz hat. Er auf Konter ausgelegt ist. Dazu passt ja auch sein Tempo. Nichtsdestotrotz hat er auf jeden Fall ein gutes Spielverständnis. Das zeigt sich auch in seinen erwarteten Vorlagen. Also die Qualität der Bälle, die er auf seine Mitspieler spielt. Da hat er mit seinen Pässen in dieser Saison 3,22 erwartete Tore kreiert. Gab auch drei Vorlagen für ihn. Generell mit acht Toren und drei Vorlagen hat er wirklich gute Scorer, vor allem für eine Mannschaft wie Heidenheim. Und gerade diese kreativen Zahlen sind schon nochmal hervorzuheben. Denn Heidenheim kreiert ja nicht wirklich viel aus dem Spiel heraus. Und bei Ding Chi war das schon alles aus dem Spiel heraus. Die Standards treten andere. Von dem her kann man das schon hervorheben. Auch wenn ich schon nochmal sagen würde, dass vor allem sein Abschluss deutlich besser ist. Er hat schon noch Defizite im Passspiel. Aber ich sehe es zumindest nicht als klare Schwäche von ihm an. Und generell ist er ja noch sehr jung, kann sich in allen Bereichen entwickeln. Ich glaube auch im Kopfballspiel, da ist man ja in Freiburg schon so, dass sich einige nochmal verbessert haben. Seit sie dann beim Sportclub waren und mit seiner Größe, wenn er auch nochmal physisch etwas drauflegt, kann er sich da auch nochmal verbessern. Und ich sehe den Transfer insgesamt echt positiv. An sich, was den Fit des Spielers zum Verein jetzt angeht, könnte man sagen, dass ein Spieler, der unter Schmidt so gut funktioniert, eigentlich auch unter Streich gut funktionieren sollte. Beide spielen klar gegen den Ball orientiert. Freiburg mit Ball noch ein bisschen aktiver, aber es gibt schon Parallelen. Aber Streich wird der nächste Saison nicht mehr da sein. Von daher, man weiß nicht, wie Freiburg spielen wird. Daher kann man nicht allzu viel dazu sagen, inwiefern er reinpasst. Aber rein finanziell macht man hier schon mal nichts falsch. Klar, 5 Millionen sind viel Geld, aber er hat einen hohen Wiederverkaufswert. Außerdem ist sein Marktwert jetzt schon viel höher. Also ich glaube, selbst wenn er nicht einschlagen würde, wovon ich nicht ausgehe, könnte man ihn für genauso viel Geld oder mehr wieder verkaufen. Es stellt sich natürlich noch die Frage, inwiefern er zur Spielzeit kommen wird. Denn als Rechtsaußen, wenn wir ihn jetzt mal auf der Position vorsehen, da gibt es bei Freiburg riesige Konkurrenz mit einem Litz Dohan und mit einem Roland Scholloi, die beide noch da sind. Beide könnten den Verein verlassen. Da weiß man auch noch nicht, was passiert. Also da muss man auf jeden Fall auch mal gespannt sein. Ich könnte ihn mir auch als hängende Spitze vorstellen. Aber wie gesagt, zur taktischen Einstellung, wie man nächstes Jahr spielen wird, weiß ich selbst noch nichts. Da weiß noch niemand was dazu, außer Julian Schuster selbst. Und von daher mal schauen, was wird. Auf jeden Fall ein cooler Wechsel. Vor allem, dass Dingchi den Transfer jetzt schon perfekt macht. Hätte ja auch noch abwarten können, je nachdem, ob Freiburg europäisch spielt. Aber er sieht den Schritt nach Freiburg jetzt wirklich als den richtigen an. Unabhängig davon, ob man europäisch spielt. Und das finde ich auf jeden Fall cool von ihm. Freue mich extrem auf den Transfer. Ich habe richtig Bock, den in Freiburg zu sehen. Aber was sagt ihr zum Transfer? Seht ihr es ähnlich wie ich? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat und ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.